Oh Gott. Hä? Was? Der F... Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört dir zu den weniger schrecklichen Dingen. Huch. Ja, wer hat denn hier wen gefügelt? Ganz ehrlich. Na gut, das hab ich jetzt gefilmt. YouTube kann's sehen. Oh, was? Ist er tot? Ruh, der geht weg. Showers duschen. Gott. Gut, mach sie nicht auf. So, weiter geht's. Boah, ich bin immer noch schockiert durch diesen einen Schreck. Wenn mich mal... Ich bin hart im Nehmen, aber wenn mich dann sowas trifft, dann liegen die Nerven wirklich teilweise sehr blank. Hier kann ich wahrscheinlich auch nicht lang. Ich hab immer so Angst, dass hinter mir einer steht. Das ist das Schlimmste, ganz ehrlich. Huch, wo bin ich jetzt schon wieder? So, okay, hier geht's nicht lang. Bewege dich zu einer Kante hin, um dich festzuhalten. Ach, ich bin jetzt hier drüber. Warte mal, geh ich doch zu den Typen, die da waren, die mich umbringen wollten. Oh Mann, ey, wir hätten gleich... Krallt mich irgendwas von rechts? Nein. Gut, das heißt jetzt, wir wollen... Huch! Äh... Ja. Ich wüsste nie mehr... sonst was. Pff. Gunaways, Provider's Way, follow the blood. Folge den Blutspuren zum Ausgang. Okay, wo bin ich hier drin? Das ist irgendwie... Das kennt man ja auch, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Infektion hat, jetzt sage ich mal... Speziell The Walking Dead, darauf spiele ich fast bei jeder Sache an, dass man dann von diesem Gas sozusagen... Man ist ja meistens an einem Anzug drin, dass die dann schon getötet werden, die Bakterien, die vielleicht vorhanden sind. Batterie vielleicht, Batterie... Ja, 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 ja. Sehr gut, komm, 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 komm zu Papa. So ist gut. Boah. Das bringt gar nicht. Doch, jetzt, aber ganz leise irgendwie. Ah, jetzt ist lauter. Ich wechsle sie lieber mal aus. Jetzt hier weiter. Hier ist ein Fahrstuhl, folge dem Blut. Hier ist Blut, also... Was? Ruft der da? Durch den Abfluss mit dem Blut, hat er gesagt. Down the drain. 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 Ja, okay. Dann gehe ich runter jetzt. So, durch den Abfluss wahrscheinlich. Wenn du Türen schließt, kannst du deinen Verfolger abbremsen. Wiss, inaktiv. Oh, nee. Gott, das will... Okay, ich gehe wieder raus, glaube ich. Ach, du heilige Wurst. Hi. Oh Gott, das ist so eine Wache. Ich muss da irgendwie lang und den wahrscheinlich abschütteln. Greift er mich an? Ich möchte, dass du still bleibst. Was? Okay, der ist kein Angriffslustiger. Der bleibt da nur auf seiner Station. Kann ich hier lang? Ich will nur hier lang. Ich will nur hier lang. Ich will nur hier lang. Aus. Batterie, 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 bitte. Komm her, komm. Ich werde die noch irgendwo brauchen, wenn ich dann wieder in die Dukleheit gehe. Also der ist nicht angriffslustig. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ich will nicht weitergehen. Ich will nicht weitergehen. Ich will nicht weitergehen. Security. Zu. So. Ich gehe weiter. In der Hoffnung... Da kommt gleich noch irgendwer. Oh, verdammt. Wo bin ich? Renn! Das war sehr glücklich. Dass ich sie so ganz leicht aufgemacht habe. Das war sehr schlau von mir. Auch wenn das Zufall war. Renn, renn, renn. Höh, höh, höh. Nein, wo, 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 wo? Schrank, 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 schrank. Ne. Immer nach Schränkens schauen. Habe ich den... Bin ich den schon losge... Kommt er jetzt, oder? Warte mal, wenn ich das jetzt ausmache. Okay, die zweite Angabe. 27 Minuten spielen wir da schon. Okay. Ich kann jetzt vielleicht wieder rausgehen. Ich weiß nicht, wo er ist. Und wie soll ich ihn loswerden, wenn er mich hat? Warum kann ich ihn denn nicht umbringen? Nein! Nein, er hat nicht gesehen, glaube ich. Nein, nein! Nein! Du hässliches Wesen! Nein, du! Oh, ist der doof! Mach doch die Tür zu, wenn er draußen ist. Ha. Nein! Nicht gegen die Tür laufen. Nein! Oh! Scheiße! Nein, ey, der ist so dämlich. Oh, verdammt! Rennen! Ey, dieses Spiel... wird dann irgendwie ein... Schrank, Schrank, Schrank! Ja, nein, komm! Sorry, dass ich gerade so abgegangen bin. Ist er weg? Wo ist er? Ich will nicht rausgehen. Er ist bestimmt hinter mir irgendwie. Alter. Drei. Zwei. Eins. Ich gucke mich mal um. So. Ich bin ruhig. Ich bin gerade still. Kann ich... Da ist ein Schalter. Aktiviert. Follow the blood. Ich muss zurück wahrscheinlich wieder, ne? Die Tür hat sich da geöffnet, wo ich vorher nicht lang konnte, glaube ich. Oh, die Musik. Die Musik. Achtet... Schritte. Schritte. Musik, Schritte, Musik, Schritte. Nein! Fuck ihn! Ah, wie... Ich hätte nicht gedacht, dass er so schlau ist jetzt. Nein! Jetzt ehrlich... Hä? Folgt er mir noch? Ja, er folgt mir, aber die Musik ist gerade nicht da. Das ist Fail irgendwie. Ich habe ihn abgeschnitten, glaube ich. Sehr gut. Oh Gott, das will er. Er hat mich gesehen. Ich dachte nicht, dass sie so schlau sind hier. Sie sind doch nur dumm, als... Wir haben ihn als Chance gegeben. Wir haben ihn als Chance gegeben. Ich würde sagen, wir waren mehr als fair. Die Paragons der Patien. Jo-Lieke, in der Suppression unserer Wunschwürden. Aber jetzt... 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 Jetzt sind wir in der Hunde. Ja... Wir haben ihn als Tone und sein Leben. Ihr... Doof. Ich provoziere sie lieber nicht. Drücke A, während du dich... Auf... Eine Kante zu bewegst. Ey... Ich muss da jetzt lang, wo die beiden stehen. Die... Ungutes Gefühl. Ich rutsche langsam nach rechts in den Tod. Lebensmüde. Was ist denn hier? Ich muss da rüber, oder was? So, da war Glas drin, da konnte ich sowieso nicht runtergehen. Raus, runtergehen. So, und raus. Ruhig, 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 ruhig. Gott, der ist will, wie führt denn das hin? Oh Gott, wer schreit da wieder? Oh, der Schweine-Bastard wieder. Der bringt wieder Tausende um. Ich hab das ver... Oh, was ist das? Die Schlüsselkarte für die Duschen aufgenommen. Ich geh in die Frauendusche, gleich. So. Rennen, 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 rennen. Hä? Zum Schließen? Das hat nichts Gutes zu bedeuten, immer. So, die Duschen. Das heißt, ich muss jetzt wieder nach rechts gehen. Hier ist ein Pfeil. Ich geh einfach hier weiter. Ich schau was, duschen. Mal gucken, ob hier wieder eine Batterie liegt. Nö, natürlich nicht. Warum sollte es? Und dann benutze ich's mal. Dieses Piepen, das war nicht gut. Immer langsam aufmachen. So. Huhu, halalala. Die Schreie wieder, die Schreie wieder. Die Schreie haben etwas zu bedeuten, aber was es so bedeuten hat, das weiß keiner. Höchstens die Leute, die beim nächsten Part dabei sind. Örnein Pfeil. Kreuzoth. Höchstens die Leute, die zundere Patrol.